kontrolle sie voran und nimm diese zonen ein sie sind deine leben was zunit sie erobert der feind hat zone a eingenommen der feind hat zone b eingenommen sie haben die führung übernommen aber du kannst den spieß noch umdrehen zonen b ero was du hast den zonen in führung in 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 Das war's. Mach so weiter und du gewinnst die Schlacht. Zone B verloren. Zone B erobert. Zone A erobert. Und wir haben ein Power. Du musst sie halten. Zone B. Schlag dein. Leg los. Deine Momente der Klarheit sind deine Waffen. Zone B verloren. Zone B verloren. Zone B erobert. Du hast den Zonenvorteil. Es bleiben noch fünf Minuten. Ein starker Start. Kämpf weiter. Zwei für ein. Du hast den Zonenvorteil. Du hast den Zonenvorteil. Du hast den Zonenvorteil. Du hast den Zonenvorteil. schwer die Waffe. Au. Du hast den Zonenvorteil. Du hast den Zonenvorteil. Die Korra wäre stolz auf dich, Warlock. 3 Minuten du liegst in Führung bleib stark du hast Zone B eingenommen du hast den Zonenwurf ruf den praxianischen Orden ruf die Thanatonauten die Gänse im Schriftgelehrten ruf alle beisammen damit sie dein Können bezeugen eine daughter und die Untertitelung des ZDF, 2020